hallo und herzlich willkommen zurück zu the planet crafter doch ein chat pack wasser wir haben unser erstes wasser eine sache wieder hoch will da sehen prima und jetzt gucken nehme gehen zuerst zurück wegen sauerstoff und essen und so ein kram essen wer eine karte eigentlich war ich muss gleich mal gucken so eine karte haben wir nicht natürlich bitter haben wir hier eine karte man kann kein satellit im orbit andere sachen was muss ich denn noch herstellen hier anheften wieder eine super legierung warte mal super legierung ich die hier drin rahmen eisenkobalt essen sonstiges sonstiges ja zwei super legierungen haben wir uns mal mal gucken gehen wasserung bewässerung niedrig ich habe nichts zum trinken mit das ist aber doof ich denke mal was zum trinken hier eis ne eis 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 warte mal essen sammeln essen nein das will ich nicht ändern und so und ne bohne so das sollte reichen was wollte ich gucken so rakete super legierungen dort ich doch hinten was vorbereitet da fehlte halt immer ich glaube silizium ne ja nicht hier zufällig silizium ich muss ja draußen köln hier ein silizium ist drin nämlich raus magnesium aluminium magnesium war in aluminium noch eine super legierung ok die litium silizium silizium dann gucken was so eine rakete kostet und auch fliegen fliegen so so ok gps rakete und karten informations rakete super legierung starb nee raketen antrieb super legierung super legierung ok raketen antrieb super legierung super legierung das war knapp 2 super legierung habe ich noch ne raketen antrieb äh 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 hab ich da nicht einige gefunden lithium kobalt was kobalt 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 ja so raketen antrieb war hier war nur an iridium starb und super legierung uran uran iridium starb und super legierung ähm uran uran iridium starb habe ich nicht mehr iiiiiridium war neun stück neun 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 ja hier hier iridium starb paketendriebwerk ähm jetzt noch das ding zum anheften ist hier äh osmium aluminium kobalt kobalt magnesium osmium aluminium kobalt kobalt magnesium osmium aluminium kobalt 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 osmium äh aluminium so osmium aluminium kobalt kobalt ein magnesium fehlt noch so ok machen wir ok gut können wir das ein osmium zu viel das ist äh umso besser so komm da rein und hier kann ich ja sortieren ne aha wie genial ok super legierung jetzt weiß ich nicht mehr was die rakete gekostet hat und dafür habe ich dieses anheft ding gemacht nein so ich hätte gerne zuerst das ding und dann das ding ne ok mit rechtsklick kann ich das anheften ja sieht man ja gar nicht ah aha eine super legierung oh hier drin zu fliegen ist aber echt hart äh eine super legierung die ich nicht habe ok ok was hat er gefehlt iridium ne 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 es hat gefehlt äh silizium ne mach mal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 für den iridiumstab also für das brauche ich die dinger ne ne und ein einzelnes dann nehme ich noch mit aluminium ist drüben magnesium ne ne nehme ich auch noch eins mit das sollte reichen ne ja ja wir brauchen einen magnesiumstab für die karte erst mal ein super legierung für die rakete und dann nochmal das werde ich gleich nochmal anheften so was hier drinnen ok kein iridium ich dachte es mir machen erst das äh so obalditan aluminium obalditan also alles irgendwie raus ne so 3 eisen 2 aluminium 3 aluminium 2 3 kobold 1 2 3 agnesium was fehlt noch ab tat 3 titan und sollte das doch jetzt gehen ja ja 3 hm ja alles raus alles raus und gucken wie ich machen kann nochmal 2 so wir haben jetzt 1 2 3 4 5 6 3 brauchen wir noch ne 4 4 4 ok aluminium eisen die rakete können wir ja schon mal hoch schicken machen wir auch da wird wir endlich mal ne karte bekommen warte mal ich mache mir hier wasser und ich doch gar nicht so rakete die da ne was fehlten mikrochip mikrochip kompass fehlt noch auch man noch ein noch ein ok mikrochip kompass magnesium silizium und aluminium aluminium silizium magnesium ok ich werde der ok 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 ich habe eh mehr hoch irre so jetzt aber ne da steht ok und jetzt haben wir eine karte jetzt heftig das andere ding noch an warnung bewässerung ich komme wasser ich komme sehr gut weil das unten alles überflutet informations brauchen noch mal microchip kompass anheften ok also wir haben vier auch neun nachdem noch ein bisschen magnesium alu ne luft holen okie dokie so sehr voll ok klingt in der luft die runtergefallen nicht so viel eisen ich brauche noch lithium am lithium so nicht lithium 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 doch das gleiche was hier eis dann die eisentlich tarn sich nicht alles rum so da packen wir mal da hinten hin auf den weg holen wir noch ein bisschen silizium mit langsam schwappt sie über sehr schön gibt die kippe Und alles andere kommt ja da hinten her, ne? Warte mal, für Taschenlampe 2? Die hatte ich da auch gekriegt. So, wir gucken. Alles klar. Gut. Inventar voll. Okay. Ne, da. Was fehlt? Alu. Ist noch Alu drin? Ein Alu. Okay, dann im Schrank vielleicht noch? Auch noch ein Alu. Okay. Jetzt haben wir... Acht. Äh, sieben. Okay, sieben. Okay, Silizium brauche ich nicht. Hallo? Kann ich dich bewegen? Hm. Eisen... Ist ein Eisen noch? Silizium, Eisen, Titan, Titan. Ja. Okay. Okay. Eisen. Lithium, Titan, Titan, Silizium, Magnesium, Kobalt muss noch mehr drin. Okay. Und was fehlt jetzt noch? Alu, ne? Ja, Alu fehlt. Warte mal. Das ist zu viel, das ist zu viel und das ist zu viel. Zwei. Ist egal. Wir können ja hier gucken. Obwohl, ich kommt in der Zeit ein bisschen Zeugs raus. So, Eisen hatten wir genug, ne? Dachte ich. Also Magnesium. Und Alu war es vor allen Dingen. Ja. Ja. Oh, hier auch. Titan. Titan wird gebraucht. Okay. Na, geht er hin? So, perfekt. Hm. Magnesium, Silizium brauche ich nicht. Hinten. So, was war das andere? Alu, ne? Aluminium. Nehmen wir vier Aluminium raus. Jetzt kurz nochmal nach hinten. Wenn ich nach oben gucke, fliege ich auch nach oben. Aha. Okay, gut zu wissen. Ja, schon wieder trinken alle. Okay, Aluminium, Magnesium, Kobold. Es fehlt, äh, es fehlt jetzt noch Eisen, ne? Magnesium, was fehlt noch? Silizium. Ja, warte. Ganz zwei, 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 Silizium. Okay, was fehlt jetzt? Okay, was fehlt jetzt? Magnesium, Eisen, Kobold, also alles außer Aluminium fehlt. Magnesium, Titan, Magnesium, Eisen, Kobold, ein Magnesium fehlt noch und ein Alu, oder? Magnesium und Alu fehlt. Äh, ne, kann ich nicht machen. Was fehlt jetzt? Magnesium, Kobold, Alu, Alu. Ist hier schon Alu drin. Alu. Magnesium und Kobold. Kobold, kein Problem. Und Magnesium. Oh komm, Magnesium gab's doch die ganze Zeit ganz viel. Warte mal. Ist hier noch was drinne? Ne, ne, hier nicht. Da auch nicht. Egal, ich werd alles rausnehmen. So. Werd die Dinger kaputt machen. So wie. Dann war's das hier. Fehlt mir immer noch Magnesium. Oh. Und Haarfeuil. Bläh. Jetzt hab ich kein einziges Magnesium mit. Mensch. Du hast doch hier Magnesium jetzt gefarmt, oder? Ne, hast du nicht. Verwässerung niedrig. Fehlt immer noch Magnesium. Okay. Was denn hier wäre? Sehr gut. Okay. 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 Hallo. So. Okay. einen stab ich denn jetzt herstellen den kann ich ja noch gar nicht herstellen wieso nicht noch mehr so eine arbeit ich kann den stab gar nicht herstellen ein gewählt nicht das ist mir bei subnautica auch immer passiert sonstiges super legierung die passen hier nicht ganz drin okay dann gucken wir mal in der nächsten folge was war aubergine der fertig inventar voll ja super silizium aluminium kobold 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 jetzt packe ich alles raus und später stellt sich dann raus dass ich das alles hinten brauche alu ich mach mal zu alu die super legion dazu dann noch ein bisschen titan es war das nicht hier jetzt war vorne das erste ding eis und magnesium jetzt schnell war essen sehr sehr gut gut da bedanke ich mich fürs zuschauen wir haben eine rakete losgeschickt ist ja schon mal was wir sehen uns dann morgen bis dahin gehabt euch gut und tschüss